Konzentration, Ruhe dahinten. So, ich weiß, es ist 7.15 Uhr, ich weiß, es ist eure erste Stunde, aber so ist das Leben. Jetzt, ich weiß, wir sind im Homeoffice. Justin, mach deine Kamera an. Gut, wir fangen jetzt an zu den Hausaufgaben. Ihr solltet lesen. Ja, Celine? Ja, 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 ja. Was? Du hast das ganze Buch schon gelesen? Okay. Na, ihr solltet aber bis seit 30 nur lesen. Also, also, ich meine jetzt, das ist gut, das ist sehr gut. Weißt du was? Ich schreibe deine 1 auf. Komm, du kriegst deine 1, Celine. Die erste auch, die du überhaupt ja bekommst. Celine, eine 1. Sehr schön. Gut, ja, dann reden wir jetzt. Ja, Armin, ja, 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 pssst. Ruhe, was? Ihr habt auch schon das Buch durchgelesen? Ach, ihr wollt doch nur eine 1 kriegen. Hört doch auf. Nee, also, Celine, du kriegst deine 1 wieder weg. Ah, ja, das geht so nicht. Du siehst, wo es hinführt. Nein, wir haben wirklich das Buch durchgelesen. Ja, wir auch. Wieso habt ihr das Buch durchgelesen? Ihr lest sonst nie. Das sind, das sind 120 Seiten. Wieso habt ihr, äh, wieso habt ihr schon, ihr solltet bis seit 30 lesen. Ja, war so spannend. War so spannend. Okay, ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und, äh, ihr schreibt eine Zusammenfassung von den ersten 30 Seiten. Äh, und ich muss kurz, ja, ich muss, ich, ne, ich, ich müde mich mal grad und, äh, wir sprechen gleich nochmal. Ja, ich muss, ich, ne, ich muss, ich, ne, ich, ich, ne, 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 ich, ne